Der Dreißigjährige Krieg Der Dreißigjährige Krieg war ein religiöser und machtpolitischer Konflikt zwischen mehreren europäischen Staaten, der von 1618 bis 1648 auf deutschem Boden ausgetragen wurde und das Land in einem völlig desolaten Zustand hinterließ. Seinen Ursprung fand der Krieg in Böhmen. Dort hatte in Prag mit Rudolf II. ein strenggläubiger Katholik den Kaiserthron bestiegen. Er wollte die protestantischen Gebiete wieder zum katholischen Glauben zurückführen, stieß bei den betroffenen Reichsfürsten aber auf Widerstand. Schließlich ließ er Donauwörth zwangsweise rekatholisieren. Die protestantischen Abgeordneten verließen den Reichstag und machten ihn so regierungsunfähig. Zwei gegnerische Konfessionsbündnisse entstanden. Der Konflikt fand seinen Höhepunkt im Prager Fenstersturz. Mittlerweile war Kaiser Ferdinand II. ein entschiedener Gegner der Reformation an der Macht. Protestanten und Vertreter des Kaisers hatten sich 1618 zu Verhandlungen in Prag getroffen. In Folge von Streitigkeiten warfen einige Protestanten kurzentschlossen zwei kaiserliche Vertreter buchstäblich aus dem Fenster. Dann erklärten die Böhmen Kaiser Ferdinand für abgesetzt und ernannten den Kurfürsten Friedrich zum Kaiser. Damit kam es zum Krieg in Europa. Fürst Wallenstein stellte aus eigenen Mitteln ein Heer für den Kaiser auf und kam damit bis nach Norddeutschland. Dort stieß er jedoch auf die mächtigen protestantischen Schweden unter König Gustav Adolf, die Norddeutschland einnahmen und nach 1632 bis nach Wien vorrückten. In der Schlacht bei Lützen siegten die Schweden, aber der schwedische König fiel. Reichskanzler Oxenstierner übernahm die Regierungsleitung, unterlag Wallensteins Heer aber 1634 bei Nördlingen. Schweden verlor Süddeutschland. Im Prager Frieden 1635 schlossen sich die protestantischen Reichsstände zusammen. Eine Reichsarmee sollte alle fremden Mächte aus Mitteleuropa vertreiben. Daraufhin verbündeten sich Schweden und Frankreich gegen Deutschland und auch Dänemark griff in den Krieg ein, um sich in Norddeutschland neben Schwaben eine Machtbasis zu schaffen. 1644 setzten sich die Großmächte schließlich zusammen und erarbeiteten den Westfälischen Frieden. Mit seiner Unterzeichnung am 24.10.1648 endete der Dreißigjährige Krieg. Schweden behielt einige Gebiete in Norddeutschland und an der Ostsee. Frankreich bekam viele deutsche Festungen und Städte entlang des Rheins zugesprochen. Deutschland war vollkommen verwüstet. Fast die Hälfte der Einwohner war gestorben, der Rest lebte in großer Not oder wanderte aus nach Amerika. England hatte sich nicht am Dreißigjährigen Krieg beteiligt. Stattdessen erlebte es eine heftige Auseinandersetzung zwischen Volk und König. Seit der Magna Carta von 1215 musste der König seine Entscheidungen mit dem Oberhaus im Parlament abstimmen. Doch König Karl I., Sohn Maria Stuarts, setzte sich darüber hinweg. Das englische Volk war erbost. Angeführt von dem Puritaner Oliver Cromwell, nahm es den König gefangen und ließ ihn 1649 köpfen. Cromwell regierte weiter und machte England wieder zu einer Weltmacht. Nach seinem Tod wurde England erneut von Königen regiert, die sich jedoch stets an die Magna Carta hielten. Das Volk in Europa war durch die Kriegsschrecken sehr verunsichert und abergläubisch geworden. Jeder, der sich anders verhielt, als die Gesellschaft vorschrie, oder seinem Nachbarn verdächtig erschien, wurde bezichtigt, mit dem Teufel im Bunde zu sein. Viele Menschen wurden als Hexen verfolgt und verloren ihr Leben auf dem Scheiterhaufen. Bemerkenswertes Der Hexenschuss Im Mittelalter waren die Menschen sehr abergläubisch. Sie hatten furchtbare Angst vor dem Teufel. Das führte dazu, dass sie alles, was anders oder unerklärlich war, wie seltene Krankheiten, als Teufelswerk ansahen. Bekam man plötzlich heftige Rückenschmerzen, war man wahrscheinlich gerade von dem Fluch einer Hexe getroffen worden. Daher kommt der Begriff Hexenschuss. Vor allem Frauen wurden als Hexen verfolgt und zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Erst Ende des 18. Jahrhunderts nahmen die Hexenverbrennungen ein Ende. Der Absolutismus Das 17. und das 18. Jahrhundert waren, im politischen Sinne, die Blütezeit des Absolutismus. Der Herrscher hatte die uneingeschränkte, absolute Macht inne, war aber an religiöse und staatliche Gesetze gebunden. Den Inbegriff des absolutistischen Herrschers stellt der französische König Ludwig XIV., genannt der Sonnenkönig, dar. Der Kanzelredner Ludwigs XIV., Jacques Bossuet, prägte die Formel »ein König, ein Glaube, ein Gesetz« und betonte damit das Gottesgnadentum. Der König herrschte als Stellvertreter Gottes und war weder dem Volk noch der Kirche Rechenschaft schuldig. Während in Deutschland nach dem Dreißigjährigen Krieg die kaiserliche Zentralgewalt zu Ende ging, da sich das Deutsche Reich in einen Staatenbund auflöste, fand der Absolutismus in anderen Teilen Europas neue Anhänger. In Frankreich wurde der Absolutismus von dem ehrgeizigen Kardinal Richelieu durchgesetzt. Er entmachtete den Adel und setzte statt der adeligen Gouverneure königliche Beamte als Verwalter der Provinzen ein. Sonnenkönig Ludwig XIV. machte das Herrschen zu einer bis ins kleinste durchorganisierten Zeremonie. Ludwig XIV. war ein absoluter Monarch. Er regierte nach dem Motto »Der Staat, das bin ich« und ließ sich nur von einem geheimen Staatsrat und ausgewählten Staatsmännern, dem Kabinett, beraten. Willkürlich ausgestellte Haftbefehle, französisch »Lettres de cachet«, eine Geheimpolizei und die Einrichtung eines königlichen Gefängnisses, der Bastille, in dem Menschen für immer verschwanden, sorgten für die nötige Einschüchterung von Adel und Volk. Ludwig XIV. stellte übrigens einen Weltrekord im Regieren auf. 72 Jahre lang war er an der Macht. Das uneingeschränkte Herrschen und die Lebensart am Hofe des französischen Königs fand viele Nachahmer unter den europäischen Herrschern. An den Königshöfen in Österreich, Deutschland, Russland und auch in England sprach man Französisch, kleidete sich nach der französischen Mode und baute Schlösser im Stile von Versailles. In Deutschland etwa das Schloss Sanssouci in Potsdam. Das Volk hingegen lebte in Armut und musste schwer arbeiten, damit seine Herren das Geld für all diese Verschwendungen aufbringen konnten. In Russland kam 1689 Peter der Große an die Macht. Der Zar wollte seinem Land nach dem europäischen Vorbild zu Macht und Reichtum verhelfen und reiste sogar inkognito nach England, Holland und Deutschland, um die Sitten und Gebräuche dort kennenzulernen. Nach seiner Rückkehr verbot der Zar seinen Untertanen, die einheimische Tracht zu tragen und schrieb ihnen die europäische Mode vor. Peter der Große hatte sogar in Holland den Schiffsbau erlernt und ließ nun die Stadt St. Petersburg als Hafenstadt ausbauen, wofür extra Sümpfe trockengelegt werden mussten. Russland dehnte seine Grenzen gegen Europa, die Türkei, Persien und Asien weiter aus und beteiligte sich von nun an am europäischen Machtspiel. Mit den aufklärerischen Gedanken, die sich im 18. Jahrhundert verbreiteten, entwickelte sich auch ein aufklärerischer Absolutismus. Der Herrscher sah sich nun mehr als Diener des Staates, verantwortlich für das Wohl seines Volkes. Beispielhaft dafür waren der Preußenkönig Friedrich der Große und die österreichischen Herrscher. Bemerkenswertes Wichtige Kabinettssitzungen Im Absolutismus ließen sich die Herrscher von einem ausgewählten Kreis an Vertrauten beraten, einem geheimen Kabinett. Sie zogen sich dafür in ein Privatzimmer, französisch Kabinet, Kabinett, zurück. Später wurde mit dem Begriff Kabinett alles versehen, was als vertraulich und persönlich galt. Das Kabinettschreiben oder der Kabinettminister. Eine Kabinettfrage ist eine Vertrauensfrage. Freiherr von Stein versuchte in Preußen das Kabinettsystem zu beseitigen, doch es setzte sich in vielen Teilbereichen fort und ist auch heute noch weitgehend gültig. Wie es etwa das Bundeskabinett zeigt. Die Zeit der Aufklärung Zu Beginn des 18. Jahrhunderts lebten Adelige und Herrscher noch in Saus und Braus und schufen sich Scheinwelten, während das Volk an furchtbarer Armut und Abhängigkeit litt. Doch die schrecklichen Glaubenskriege in dieser Zeit brachten einen Wandel mit sich. Immer mehr Philosophen, Schriftsteller und Politiker plädierten für Toleranz und vor allem Vernunft. Die Erkenntnis, dass alle Menschen gleich sind, sollte im Gesetz verankert werden. Es war nicht einfach, die Herrscher und Adeligen zum Umdenken zu bewegen, aber es gab auch Machthaber, die den Wandel förderten, zum Beispiel Friedrich der Große, der König von Preußen. König Friedrich war ein sehr gebildeter Mann und verfasste selbst Schriften, in denen er sich mit den Gedanken der Aufklärung auseinandersetzte. Er wollte seinen militärisch straff organisierten Staat zu einem Musterstaat machen. Als erstes schaffte er die Folterstrafe ab und sorgte dafür, dass alle Menschen, egal ob Arme oder Reiche, vor dem Gesetz und dem Gericht gleich waren. Dann erleichterte er die harten Bedingungen, unter denen die Bauern für ihre Grundherren arbeiteten. Natürlich war Friedrich der Große, wie jeder andere Herrscher auch, daran interessiert, sein Reich zu vergrößern. Er hatte es besonders auf Österreich abgesehen, dessen Eroberung er sich sehr einfach vorstellte. Doch an der dortigen Herrscherin scheiterte sein Vorhaben und er konnte schließlich nur Sachsen und Schlesien einnehmen. In Österreich herrschte seit 1740 die junge Kaiserin Maria Theresia, eine sehr fromme und weise Frau, die versuchte, die neuen Gedanken der Aufklärung zu verwirklichen. Ihr preußischer Gegner war sogar zunächst ein Vorbild für sie. Auch sie schaffte die Folter ab, erleichterte das Leben für die Bauern und verbesserte das Schulwesen. Die Kaiserin besaß großes diplomatisches Geschick und verstand es, ihre Kinder politisch geschickt zu verheiraten. So gab sie ihre Tochter Marie-Antoinette, dem französischen König, zur Frau. Sie sollte während der französischen Revolution eine große Rolle spielen. Maria Theresias Sohn und Erbe Josef II. setzte sich noch stärker für die neuen Ideen ein. Er schaffte die Todesstrafe und die Leibeigenschaft ab, garantierte den Protestanten freie Religionsausübung und nahm der katholischen Kirche, obwohl er selbst katholik war, einiges an Besitz ab. Für das Volk in Europa wurde vieles einfacher, denn die Gedanken der Vernunft hatten Einzug gehalten. Dennoch blieb die Lage immer noch angespannt. In Nordamerika indessen hatten die neuen Ideen ein regelrechtes Feuer entfacht. Die Amerikaner waren nicht mehr bereit, die britische Herrschaft zu erdulden. Die Wortführer Benjamin Franklin und Thomas Jefferson setzten eine Unabhängigkeitserklärung auf, in der die Menschenrechte fest verankert waren. Unter General George Washington, dem späteren ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, trieben die Amerikaner die Briten aus dem Land und erklärten sich 1776 für unabhängig. Für die auf den Plantagen der Südstaaten arbeitenden Sklaven galten die neuen Menschenrechte allerdings noch nicht. Die amerikanische Revolution 1776 bis 1865 sollte große Auswirkungen auf Europa haben. Bemerkenswertes Der Begriff Aufklärung Unter Aufklärung verstand man die Menschen mit Hilfe der Vernunft zu einem besseren Verständnis ihrer Umwelt zu verhelfen, sie aus ihrer Abhängigkeit und ihrem Aberglauben zu befreien. Ziel war ein freiheitliches, menschenwürdiges, glückliches Dasein in einer neuen Gesellschaft, die von der Vernunft regiert wurde und in der vor allem die Menschenrechte gewahrt wurden, die die Herrscher bislang missachtet hatten. Die Aufklärung ging Ende des 17. Jahrhunderts von England und Frankreich aus und wirkte bis ins 19. Jahrhundert hinein. Die Französische Revolution Der Lebensstil am Hof des französischen Königs Ludwig XVI. und seiner Gattin Marie-Antoinette, der Tochter der österreichischen Kaiserin Maria Theresia, wurde Ende des 18. Jahrhunderts immer aufwendiger. Schließlich geriet der König in Geldnot. Er berief die Generalstände ein und befahl ihnen, ihm mehr Geld zu verschaffen. Die Mitglieder der Versammlung begannen darüber nachzudenken, wie man die Missstände in Frankreich allgemein lindern oder gar beseitigen konnte. Doch das war nicht im Sinne des Königs. Sein Zeremonienmeister sollte die Versammlung wieder auflösen, doch die Mitglieder des dritten Standes, die Bürger, ließen sich das nicht gefallen. Sie begründeten die Nationalversammlung und schworen beim sogenannten Ballhausschwur, nicht vor der Vollendung einer Verfassung auseinanderzugehen. Als der König seine Soldaten schickte, erstürmte das Volk 1789 die Bastille und befreite alle Gefangenen. Dieses Ereignis markiert den Beginn der Französischen Revolution. Die Versammlung beschloss, Reformen im Sinne der Aufklärung durchzusetzen. Für alle Menschen in Frankreich sollten die gleichen Pflichten und Rechte gelten und die gleichen Ämter offen stehen. Als der König sich immer noch nicht in die neuen Verhältnisse fügen wollte, zog das Volk nach Versailles und brachte ihn und seine Familie nach Paris. Die Nationalversammlung nahm der katholischen Kirche und allen ins Ausland geflohenen Adeligen per Gesetz ihren Grundbesitz. 1791 wurde die neue Verfassung ausgerufen, der König jedoch nicht abgesetzt. Man hatte ihm nur seine absolutistische Machtstellung genommen. Die anderen europäischen Mächte sahen sich nun gezwungen einzugreifen, um dem französischen König beizustehen. Doch sie taten es halbherzig und wurden von den französischen Truppen geschlagen. Die Verfolgung der Royalisten, der Königstreuen, nahm darauf hinzu. Ein eigens dafür eingerichtetes Revolutionstribunal verurteilte Menschen zur Hinrichtung durch die Guillotine, die ebenfalls extra dafür erfunden worden war. Alles, was an das Ancien Régime, die alte Herrschaft, erinnerte, wurde abgeschafft. Auch die Mode. Statt Perücken und Kniebundhosen trug man nun rote Zipfelmützen und Röhrenhosen. Letztere tragen wir heute noch. Es ist die uns bekannte Hosenform. Die Anführer der Volksmassen, Georges Danton und Maximilien de Robespierre, waren fanatische Männer. Sie verurteilten auch König Ludwig XVI. und seine Frau Marie-Antoinette zum Tod durch die Guillotine. Das entsetzte Ausland schickte wieder seine Truppen nach Paris. Doch diese wurden erneut geschlagen. Nun hatte eine Schreckensherrschaft die Monarchie abgelöst. Robespierre ließ sogar seinen Weggefährten Danton köpfen, der ihn zu mehr Milde ermahnt hatte. Schließlich hatte das Volk genug vom Morden und Robespierre wurde selbst Opfer der Guillotine. 1795 wurde ein Direktorium gewählt, das Frankreich im Auftrag des Volkes regieren sollte. Die französische Revolution hatte ungeheure politische und kulturelle Veränderungen bewirkt, die auch auf das restliche Europa übergriffen. In Belgien und der Schweiz bildeten sich als erstes Republiken, die auf den Grundsätzen der neu formulierten Menschenrechte aufgebaut wurden. Bemerkenswertes Der Sturm auf die Bastille Am 14.07.1789 ging das Volk in Frankreich auf die Straße und rief nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Liberté, Egalité, Fraternité. Es stürmte die Bastille und brachte damit die französische Revolution ins Rollen. In Frankreich ist der 14. Juli heute noch ein Nationalfeiertag. Doch auch für das restliche Europa läutete der Tag eine Wende ein. Die Menschenrechte wurden ein zunehmend wichtiger Grundsatz für Verfassungen, kaum ein Herrscher konnte sich gegen deren Einführung mehr wehren. Napoleon und Europa Das erste Direktorium, die Regierung Frankreichs nach der französischen Revolution, wurde 1799 von einem zweiten gestürzt. Erster Konsul wurde ein besonders machthungriger Mensch, General Napoleon Bonaparte. Dieser ordnete das Reich neu und schuf den Code Civil. Napoleon wurde Konsul auf Lebenszeit und 1804 sogar vom Papst zum Kaiser gesalbt. Sein Ziel war es, das französische Reich zu vergrößern. England, Deutschland, Österreich, Russland und Schweden erklärten Napoleon daraufhin 1805 den Krieg. Der englische Admiral Nelson schlug die Franzosen in der Schlacht bei Trafalgar, wo er selbst fiel, damit aber die Seeherrschaft Großbritanniens sicherte. Doch Russland und Österreich unterlagen Napoleon in der Schlacht bei Austerlitz. Napoleon herrschte nun über fast ganz Europa und verschenkte großzügig Herzogtümer und Königreiche an seine Familienmitglieder. 1806 schloss Napoleon mit 16 süddeutschen Staaten den Rheinbund. Dann besiegte er Preußen und zog in Berlin ein. Er verbot allen europäischen Ländern den Handel mit England, Kontinentalsperre, um die Briten so in die Knie zu zwingen. Anschließend eroberte er Spanien. Aber dort und auch anderswo regte sich immer mehr Widerstand gegen die französische Herrschaft. 1809 unterlag Napoleon mit seinen Truppen dem österreichischen Heer bei Aspern. Daraufhin erhoben sich die Tiroler Bauern, angeführt von Andreas Hofer. Denn Napoleon hatte ihr Land an Bayern verkauft. Doch Napoleon fügte Österreich bei Wagram eine große Niederlage zu und ließ Hofer hinrichten. Auf Anraten seines Kanzlers Fürst von Metternich verheiratete der deutsche Kaiser Franz II. seine Tochter Marie-Luise mit Napoleon. Russland litt wirtschaftlich sehr unter den Folgen der Kontinentalsperre. Als Napoleon den russischen Bauern gestattete, Getreide an England zu liefern, öffnete Zar Alexander I. seine Häfen und verbündete sich mit Schweden. Daraufhin marschierte Napoleon 1812 mit 611.000 Mann gegen Russland. Erst vor Moskau trafen beide Heere aufeinander. Das war von den Russen so geplant, denn Napoleon steckte nun tief im Landesinneren und der russische Winternate. Moskau wurde von den Franzosen eingenommen, doch kurz darauf fing die Stadt an zu brennen. Die französischen Truppen mussten sich unter unvorstellbaren Verlusten zurückziehen. Nur 20 Prozent erreichten die Heimat. Napoleon zog mit den letzten jungen Männern Frankreichs gegen seine europäischen Gegner und schlug Preußen und Russland in zwei Schlachten. Doch gemeinsam mit Österreich, Schweden und England konnten die besiegten Napoleon bei Leipzig vernichten. Die Franzosen schickten ihren Kaiser daraufhin ins Exil, auf Elba. Nach Napoleons Fall bestieg Ludwig XVIII. den französischen Thron und führte die Herrschaft im Stil seines während der französischen Revolution hingerichteten Bruders Ludwig XVI. fort. Dies erregte den Widerstand des französischen Volkes. Die Gegner Napoleons waren auf dem Wiener Kongress mit der Neuordnung Europas beschäftigt. Napoleon sah deshalb seine zweite Chance gekommen und landete 1815 mit ein paar Getreuen in Frankreich. Das gesamte Heer lief zu ihm über. Doch bei Waterloo, Belgien, schlugen die europäischen Verbündeten unter dem englischen Herzog von Wellington und dem preußischen General Blücher Napoleon endgültig. Wieder wurde er verbannt, diesmal auf die Insel St. Helena, wo er 1821 starb. Bemerkenswertes Der Code Zivil Im Code Zivil, auch Code Napoleon, ließ Napoleon alle bürgerlichen Rechtsverhältnisse zusammenfassen. Zum Beispiel wurde den Bürgern die Gewissens- und Arbeitsfreiheit zugesichert und die Juden erhielten das Bürgerrecht. Außerdem wurde die zivile Eheschließung begründet. Die Ehe galt von nun an als weltlicher Vertrag. Der Code Zivil wurde zum revolutionären Exportartikel in ganz Europa. Auf diesem Werk beruht ein großer Teil der Justizkultur in zahlreichen Ländern der Erde. Nationalismus und Imperialismus Nach der französischen Revolution regte sich unter den europäischen Völkern ein verstärktes nationales Bewusstsein. Sie verlangten nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Diese Ideen wurden von den Herrschern zunächst unterdrückt. Allein in England fanden deren Vertreter einen Zufluchtsort. Russland wollte seine Vormachtstellung in Europa ausbauen und den Bosporus und die Dardanellen erobern. 1853 besetzte es die Donaufürstentümer Moldau und Valachai und versenkte die türkische Schwarzmeerflotte. Die Westmächte erklärten dem Zaren den Krieg und landeten auf der Krim. Sie belagerten ein Jahr lang die Festung Sevastopol, bis Stadt und Hafen erobert waren. Aufgrund vielfältiger nationaler Strömungen war der Balkan von nun an bis 1918 ein Krisenherd. Im Pariser Frieden 1856 musste Russland viele Zugeständnisse machen. Das Hauptergebnis des Pariser Friedens war das Ende der alten Ordnung in Europa. Wiener Kongress. Europa veränderte sich grundlegend. Das neue nationale Bewusstsein war dabei ausschlaggebend. Besonders Frankreichs Kaiser Napoleon der Dritte förderte die nationale Idee und strebte nun seinerseits in Europa eine Vormachtstellung an. Auch in Italien wollte das Volk einen eigenen Nationalstaat. Dazu sollte ihm Graf Camillo Benzodi Cavur verhelfen, der 1852 Ministerpräsident von Piemont Sardinien wurde. Cavur schloss mit Napoleon dem Dritten ein Bündnis, um Österreich aus Norditalien zu vertreiben, was 1859 in den Schlachten bei Magenta und Solferino gelang. Doch dann vereinbarte Napoleon einen Waffenstillstand mit Österreich. Das italienische Volk erhob sich, um die Fremdmächte aus dem Land zu treiben. Unter dem Freiheitskämpfer Giuseppe Garibaldi konnte es 1860 Süditalien gewinnen, 1870 wurde der Vatikanstaat eingegliedert. In Deutschland war trotz der gescheiterten Revolution von 1848-49 die Forderung nach einem deutschen Nationalstaat noch aktuell. Die antiösterreichische Politik Preußens verschärfte sich unter Reichskanzler Otto von Bismarck. Nach Kriegen mit Dänemark, Österreich und Frankreich gelang es den deutschen Staaten schließlich, sich gegen ihre Nachbarn abzugrenzen und sie gründeten 1871 das Deutsche Reich Aus dem nationalen Bewusstsein der Staaten erwuchs das Bedürfnis, den eigenen Machtbereich vor allem in kolonialen Regionen auszudehnen. England hatte bereits Hongkong erworben 1842 und kontrollierte Indien mit seiner Handelsgesellschaft. Die europäischen Mächte konzentrierten sich mit ihrer imperialistischen Politik ab 1880 zunächst auf Afrika und teilten den Kontinent ohne Rücksicht auf bestehende Grenzen unter sich auf. Deutschland erhielt Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia und Deutsch-Ostafrika, heute Tansania, Togo und Kamerun. Dann erschienen zwei neue imperialistische Mächte auf der Bildfläche, die USA und Japan. Die USA hatten ihre ihren Bürgerkrieg beendet, aus dem der Norden als Sieger hervorgegangen war. Nach dem spanisch-amerikanischen Krieg 1898 fielen Puerto Rico, Guam und die Philippinen an die USA, etwas später auch Hawaii. Kuba kam unter amerikanische Schutzherrschaft. Japan erfuhr eine sehr rasche Technisierung und Modernisierung und konnte sich daher in Kriegen gegen China und Russland behaupten und seine Machtstellung ausbauen. Bemerkenswertes Die Schlacht von Solferino Der grauenvolle Anblick des Schlachtfeldes bei Solferino hatte unter anderem einen jungen Genfer schockiert, Henri Dunant. Dunant entschied sich daraufhin, sich für das Schicksal der Kriegsverletzten und Gefangenen weltweit einzusetzen. Seine Bemühungen führten 1863 zur Gründung des Internationalen Roten Kreuzes und 1864 zum Abschluss der Ersten Genfer Konvention, dem Abkommen zum Schutz der verwundeten Soldaten der Armeen im Feld. Das internationale Kennzeichen des Roten Kreuzes ist ein rotes Kreuz auf weißem Grund. In den islamischen Ländern, zum Beispiel in der Türkei, ist es ein roter Halbmond. Im Iran ein roter Löwe und eine Sonne, in Israel ein roter Davidstern auf weißem Grund. Das deutsche Kaiserreich. Ein Kleindeutschland gab es bereits vor der Reichsgründung, nämlich in Form eines recht einheitlichen Wirtschaftsraumes durch den Deutschen Zollverein. Zur Gründung des Deutschen Reiches führten dann die Verfassung des Norddeutschen Bundes von 1867 und deren Übernahme mit nur wenigen Änderungen als Reichsverfassung 1871. Anders als in Italien blieben die Einzelstaaten allerdings bestehen und bildeten einen Bundesstaat. Nach der Einführung des allgemeinen gleichen geheimen und direkten Wahlrechts für Männer 1867 bildeten sich Parteien wie die Nationalliberalen und die Freikonservative Partei. 1896 begründeten Wilhelm Liebknecht und August Bebel die Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Der Sprecher der Deutschen Zentrumspartei Ludwig Windhorst wurde später zum Gegenspieler Bismarcks. Die Sozialdemokraten wurden von Bismarck mit großem Misstrauen bedacht und schließlich 1878 sogar verboten. Bismarck stützte sich bei seiner Innenpolitik hauptsächlich auf die Liberalen, mit denen er die Vereinheitlichung des Reiches wirtschaftlich und rechtspolitisch weiter vorantrieb. Die europäischen Mächte standen dem Deutschen Reich eher ablehnend gegenüber. Frankreich entwickelte sich wiederum zur Militärmacht, was in Deutschland große Unruhe hervorrief. Es kündigte einen Präventivkrieg gegen Frankreich an und brachte damit England und Russland gegen sich auf. Bismarck sah sich zwischen den Fronten und lenkte ein. Als 1876 auf dem Balkan zwischen Serben und Türken sowie zwischen Russen und Türken Krieg ausbrach und auch Österreich-Ungarn sich bedroht sah, ergriff der Reichskanzler die Chance, als Vermittler zu dienen. Schließlich wandte er sich sogar öffentlich gegen jeglichen Krieg in Europa und berief und berief 1878 einen Europäischen Kongress dazu ein. Bismarck baute in seiner Außenpolitik nun auf Bündnisse und betrieb damit eine Sicherheitspolitik. Frankreich allerdings sollte politisch isoliert werden. 1887 drohte erneut Krieg. Frankreich wollte sich mit Russland gegen das Deutsche Reich verbünden und auf dem Balkan bekämpften sich Serben und Bulgaren, was Österreich und Russland zu Gegnern machte. Bismarck setzte sich für eine friedliche Lösung ein, stieß dabei im Deutschen Reich auf heftige Kritik, vor allem wegen seiner Beziehung zu Russland. Schließlich schloss er mit Russland sogar einen Rückversicherungsvertrag. Bismarck unterstützte jedoch auch den Orient-Drei-Bund, bestehend aus Österreich-Ungarn, England, Italien. der auf Seiten der Türkei stand. So wollte Bismarck die Mächte unter Kontrolle halten. Dem jungen Kaiser Wilhelm II. gefielen Bismarcks eigenmächtige Handlungsweisen nicht, was zu Bismarcks Entlassung führte. Da Wilhelm II. den Bund mit Russland nicht erneuerte, näherte sich der Zar Frankreich an. Damit war die Gefahr eines Zwei-Fronten-Kriegs für das Deutsche Reich wieder in nächste Nähe gerückt. Bemerkenswertes Große Reformen Zur Vereinheitlichung des Reiches führte Bismarck 1871 zunächst die Mark als Währungseinheit ein. 1875 entstand die Reichsbank. Dann schuf er in den 80er Jahren die Grundlagen des Sozialstaates Krankenversicherung, Unfallversicherung und einen Schutz bei Arbeitsunfähigkeit und Alter und machte das Deutsche Reich diesbezüglich zum europäischen Vorbild. Vieles aus unserem heutigen deutschen Sozialwesen basiert noch auf Bismarcks Reformen. Der Erste Weltkrieg Der Ursprung des Ersten Weltkriegs lag in der schwierigen und komplizierten Lage auf den Balkan. Bulgarien erklärte sich unabhängig von der türkischen Herrschaft und schloss 1911 mit Serbien, Griechenland und Montenegro den Balkanbund gegen die Türkei. Im ersten Balkankrieg von 1912 unterlag die Türkei und verlor ihre europäischen Gebiete bis auf einen Teil um Istanbul. Dann jedoch gerieten die Verbündeten in Streit um die Aufteilung der Beute und im Zweiten Balkankrieg unterlag Bulgarien seinen ehemaligen Bundesgenossen, denen sich Rumänien angeschlossen hatte. Durch die Vermittlung Österreich-Ungarns kam es zum Frieden von Bukarest, aber die Lage blieb gespannt. Es entstand eine Pazifistenbewegung, die weltweit für Abrüstung und Frieden warb. Doch plötzlich erschütterte ein Ereignis die Welt. Die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Gemahlin in Sarajevo 1914. Wien verlangte die sofortige Einstellung feindlicher Propaganda gegen Österreich-Ungarn und eine gerichtliche Untersuchung, aber Serbien ging nicht auf alle Forderungen ein. Daraufhin erklärte Österreich-Ungarn dem Land am 28. 7. 1914 den Krieg, der durch die Bündnisse mit anderen Ländern zum Europäischen Krieg wurde. Die Mittelmächte Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich, denen sich Bulgarien und die Türkei anschlossen, standen Serbien, Frankreich, England und Russland gegenüber. Letzteren schloss sich später Italien an, dem nach Kriegsende dafür Südtirol zugesprochen wurde. Rumänien beteiligte sich ab 1916 an der Auseinandersetzung. Die Völker Europas zogen begeistert in den Krieg, da sie ihre jeweilige Nation, ihre Freiheit, gefährdet, sahen und schützen wollten. Der deutsche Generalstabschef Alfred von Schliefen hatte bereits 1905 einen Plan für den Fall eines Zwei-Fronten-Krieges ausgearbeitet, doch schon nach der Schlacht an der Marne im September 1914 erstarrten die Fronten zu einem furchtbaren Stellungs- und Grabenkrieg. Beispielhaft dafür ist die Schlacht um die Festung Verdun, in der fast 700.000 französische und deutsche Soldaten ihr Leben verloren. In Europa wütete ein totaler Krieg, vernichtender als alle bisherigen Kriege. Ende 1917 suchte die neue russische Regierung der Bolschewiki, die aus der Oktoberrevolution hervorgegangen war, nach einem Ende der Kämpfe. Am 6. April 1917 waren die USA in den Krieg gegen die Mittelmächte eingetreten und lösten Europa als Lenker der Weltpolitik ab. Der Europäische Krieg wurde damit zu einem Weltkrieg. Die Mittelmächte und ihre Verbündeten erlagen der Übermacht. Schließlich erklärten sich das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn gegenüber den USA zum Waffenstillstand bereit, der am 11. November 1918 in Kraft trat. Mit dem Ersten Weltkrieg ging auch das Deutsche Kaiserreich zu Ende. Im Oktober 1918 hatten Matrosen deutscher Kriegsschiffe gemeutert. Sie widersetzten sich dem sinnlosen Befehl, in dem bereits verlorenen Krieg als Kanonenfutter mit ihren Schiffen auszulaufen. Die Protestbewegung griff rasch auf die Großstädte über, viele Arbeiter traten in Streik. Die Mehrheitsparteien Sozialdemokraten, Zentrum, Deutsche Demokratische Partei und fortschrittliche Volkspartei stellten einen Führungsanspruch im Reichstag. Unter ihrem Druck dankte der Deutsche Kaiser ab und Friedrich Ebert, SPD, wurde Reichskanzler. Am selben Tag, dem 9. November 1918, rief der Sozialdemokrat und Mitglied des Rates der Volksbeauftragten Philipp Scheidemann in Berlin die Deutsche Republik aus. Bemerkenswertes Die Pazifistenbewegung Besonders durch die österreichische Schriftstellerin Bertha von Suttner und den französischen Sozialisten Jean Jaurès erhielt die Pazifistenbewegung große Bedeutung. Bertha von Suttner war mit Alfred Nobel befreundet und konnte diesen zur Stiftung des Friedensnobelpreises bewegen, den sie schließlich selbst erhielt. Das Engagement der Pazifisten führte zu den Hager Friedenskonferenzen, die versuchten völkerrechtlich verbindliche Regeln für die Kriegsführung festzulegen und in deren Folge der internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag eingerichtet wurde. Zwischenkriegszeit Am 28. Juni 1919 unterschrieb eine deutsche Delegation im Schloss von Versailles einen Friedensvertrag, der Deutschland für allein schuldig am Ausbruch des Ersten Weltkriegs erklärte und ihm schwere Bedingungen auferlegte. Im Dezember 1922 gründete sich aus der russischen föderativen sozialistischen Sowjetrepublik, der Ukraine, Weißrussland und dem Transkaukasus die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, UdSSR. Nach Lenins Tod 1924 riss Stalin die Macht in Partei, KPDSU und Staat gewaltsam an sich. Auch in Italien und Spanien kamen Diktatoren an die Macht. Benito Mussolini setzte sich in Italien als Duce an die Spitze einer faschistischen Bewegung, verfolgte seine Gegner und verbot alle Parteien. Der Diktator strebte die Wiedergeburt eines römischen Imperiums an. In Spanien behauptete Francisco Franco seine Alleinherrschaft bis zu seinem Tod 1975. Am 19. Januar 1919 fanden in Deutschland Wahlen zur Nationalversammlung statt, an denen erstmals auch Frauen teilnehmen durften. Die Befürworter der Republik erhielten die Mehrheit und arbeiteten eine Verfassung für die neue Weimarer Republik aus. Schwierige Zeiten standen bevor. Die Deutschen konnten sich nicht mit dem Versailler Vertrag abfinden. Nach zehn Verhandlungen wurden wenigstens die horrenden Reparationszahlungen verringert. Das sind die sogenannten Wiedergutmachungen der Kriegsverlierer an die Gewinner des Krieges. Dann schloss Deutschland mit der UdSSR den Vertrag von Rapallo, in dem Moskau unter anderem auf Kriegsentschädigungen verzichtete. Die Westmächte und die USA waren zunächst dagegen. Doch der deutsche Politiker Gustav Stresemann und sein französischer Kollege Aristide Briand schafften eine Annäherung ihrer beiden Staaten. Im Vertrag von Locarno wurde Deutschland sogar der Beitritt zum Völkerbund erlaubt. Die Kriegsfolgen belasteten die deutsche Bevölkerung sehr. Heftige Auseinandersetzungen zwischen linken und rechten Parteien und die zunehmende Inflation schufen große Verunsicherung in der Bevölkerung und kosteten die Anhänger der Republik viele Wählerstimmen. Die Krise gipfelte im Münchner Hitler-Putsch. Der Wortführer der antisemitischen Partei NSDAP, Adolf Hitler, und der ehemalige Generalstabschef Erich Ludendorff riefen zum Sturm auf Berlin auf. Am 8. November 1923 erklärte Hitler die Regierungen in Berlin und München für abgesetzt und ernannte sich zum Reichskanzler. Der Putsch wurde zwar niedergeschlagen und Hitler inhaftiert, aber die NSDAP blieb bestehen. In den 20er Jahren blühten in Europa und in den USA Wirtschaft und kulturelles Leben. Doch dann kam es 1929 zum Schwarzen Freitag, dem Börsenkrach in New York. In Deutschland stieg die Arbeitslosenzahl rapide. Nationalistische Stimmen, die Sicherheit und Ordnung versprachen, wurden laut. In den letzten Jahren der Reichspräsidentschaft Paul von Hindenburgs und unter Reichskanzler Heinrich Brüning verschlechterten sich die Verhältnisse weiter. Brünings Nachfolger Franz von Papen schlug eine autoritäre Linie ein, verbesserte die Lage aber nicht. Die NSDAP gewann stetig Anhänger. Die Ernennung Hitlers am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler bedeutete das Ende der Weimarer Republik. Bemerkenswertes Der Name Weimarer Republik Die Begründer der Republik entschieden sich für Weimar als Sitz der verfassungsgebenden Reichsversammlung, da ihnen die Reichshauptstadt Berlin zu unruhig war. Die Weimarer Republik, die auf der Weimarer Verfassung beruhte, wurde zunächst von einer Koalition aus Zentrum Deutscher Demokratischer Partei und Mehrheits Sozialdemokratischer Partei regiert. Reichspräsident war Friedrich Ebert. Die Weimarer Republik war von Beginn an geschwächt, da die Lage des Reiches nach dem verlorenen Krieg besonders schwierig war und die Deutschen bis dahin wenig Erfahrungen mit der Demokratie gemacht hatten. Der notwendige Lernprozess, den andere Länder wie Frankreich durchgemacht hatten, fehlte. Nationalsozialismus in Deutschland Adolf Hitlers Ernennung zum Reichskanzler im Januar 1933 hatte Folgen, die nur wenige vorausgesehen hatten. Die NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, war vielfach nicht ernst genommen worden. Viele dachten, dass Hitler bald wieder aus dem politischen Geschehen verschwinden werde. Doch Hitler hatte sich im Grunde zwei Ziele gesetzt, die in seinem Werk Mein Kampf nachzulesen waren, und verfolgte sie rigoros, die Vernichtung der Juden und die Eroberung von Lebensraum im Osten. Etappen auf diesem Weg waren die Aufhebung des Versailler Vertrages, der Zusammenschluss aller Deutschen in einem Dritten Reich und die Ausgliederung aller Nichtdeutschen aus dem Staat. Sein Propagandaminister Josef Goebbels sorgte für entsprechende Beeinflussung der Massen. Seine Sturmabteilung SA und die Schutzstaffel SS unter der Leitung von Hermann Göring schüchterten die politischen Gegner ein. Hitler hob durch das Ermächtigungsgesetz mit der Verfassung die Versammlungs- und Pressefreiheit auf und riss, obwohl er bei den Reichstagswahlen am 5. März 1933 nicht die Mehrheit erreicht hatte, die Macht an sich. Parteien und Gewerkschaften wurden verboten, zersetzende Bücher öffentlich verbrannt. Vor allem systemfeindliche Künstler und Wissenschaftler wurden ausgebürgert oder mit Berufsverbot belegt, politische Feinde in Konzentrationslager KZ verschleppt. Das totalitäre Regime Hitlers erfasste die Bürger in allen Lebensbereichen, von der Jugenderziehung über Berufsgruppen bis hin zur Überwachung durch Blockwarte in den Wohnviertel. Als Hindenburg am 2. August 1934 starb, wurde Hitler auch Reichspräsident. Er schuf Arbeitsplätze durch den Bau von Wohnungen, Autobahnen und Befestigungsanlagen an der französischen Grenze, dem Westwall, womit er die Bevölkerung für sich einnahm und was ihn zum Idol machte. Dann führte Hitler die allgemeine Wehrpflicht wieder ein und ließ militärisch aufrüsten. Diese Maßnahmen wurden durch die Ausgabe von Wechseln einer Metallforschungsgesellschaft finanziert, die zu diesem Zweck gegründet wurde. Auf diese Weise verheimlichte man das Anwachsen der Staatsschulden. Im Mittelpunkt der NS-Politik stand die Rassenlehre, die sich vor allem gegen die Juden richtete. Durch ungezählte Gesetze wurden sie in ihren öffentlichen und privaten Rechten immer mehr eingeschränkt. Die Nationalsozialisten erklärten sie durch die Nürnberger Gesetze zu Staatsangehörigen minderen Rechts. Einen ersten Höhepunkt erreichte die Verfolgung mit der Reichskristallnacht, in der jüdische Geschäfte und Häuser zerstört und zehntausende Juden ins KZ gebracht wurden. Viele fragen heute, wie konnte das passieren? Warum haben die Deutschen nicht genügend Widerstand geleistet? Die Kommunisten und Sozialisten hatten vor 1933 versucht, die Machenschaften der NSDAP bloßzustellen. Doch ihre Gruppen, die sich zudem untereinander bekämpften, wurden nach Hitlers Machtantritt von der SA und SS schnell zerschlagen. Auch Teile der Kirchen wehrten sich gegen den NS-Staat, etwa die evangelische bekennende Kirche und viele katholische Pfarrer. Berühmt wurde die von Studenten gegründete Widerstandsgruppe Weiße Rose. Bemerkenswertes Der Widerstand Widerstand in einem totalitären Staat ist sehr schwierig, da jeder einzelne Bürger genau überwacht wird. Leider fügte sich der Großteil der Bevölkerung in dieses System. Dennoch wagten etliche Deutsche ihr Leben und versteckten jüdische Mitbürger in ihren Häusern. Auch sind nicht alle NS-Gegner unter den Wissenschaftlern, Künstlern und Schriftstellern ins Ausland geflohen, sondern blieben wie Erich Kästner, um, wie er einmal sagte, eines Tages schriftlich Zeugnis ablegen zu können. Auf dem Gut Kreisau trafen sich politisch Gleichgesinnte im Kreisauer Kreis, die das nationalsozialistische Regierungssystem beseitigen wollten. Doch der Umsturzversuch am 20. Juli 1944 scheiterte und viele Mitglieder dieser Gruppe wurden zum Tode verurteilt. Der Zweite Weltkrieg Bei seinem Regierungsantritt hatte Adolf Hitler noch einen europäischen Frieden befürwortet, sodass viele Staatsmänner nicht rechtzeitig erkannten, wohin seine politischen Schritte führten. Besonders der britische Premierminister Arthur Chamberlain bestand stets auf einer friedlichen Lösung. Ohne großen Widerstand konnte Hitler das Rheinland besetzen, ein Bündnis mit Italien und einen gegen die UdSSR gerichteten Antikomiternpakt mit Japan schließen. 1938 wurden zunächst Österreich und mit dem Münchner Abkommen das Sudetengebiet Teil des Deutschen Reiches. 1939 besetzte Deutschland die Rest-Tschechoslowakei. Ende August 1939 schloss Hitler mit Stalin einen Nicht-Angriffspakt, worin beide Partner Polen, die baltischen Staaten und weitere Ostgebiete untereinander aufteilten. Schließlich marschierte Hitler am 1. September 1939 in Polen ein und entfesselte damit den Zweiten Weltkrieg. Nach einem schnellen Sieg in Polen startete er seinen Westfeldzug. Am 17. Juni 1940 unterzeichnete die französische Regierung den Waffenstillstand. Nun folgten weitere ganz erstaunliche militärische Erfolge der deutschen Wehrmacht. Deutsche und italienische Truppen kämpften zusammen in Nordafrika. Hitler eroberte die ganze Balkan-Halbinsel und gewann Rumänien, Ungarn, die Slowakei und Bulgarien als Verbündete. Hitler hatte in Europa ein riesiges Gebiet besetzt. Nur England konnte sich gegen die Angriffe der deutschen Luftwaffe und U-Boote behaupten. Doch dann stellten sich erste Misserfolge ein. Am 22. Juni 1941 marschierte die Wehrmacht in die Sowjetunion ein. Hitler wollte mit dem Volk zum großen Vaterländischen Krieg auf. Der harte russische Winter überraschte die deutschen Truppen vor Moskau und vor Leningrad, das zwei Jahre belagert wurde. Im Winter 1942-43 erlitten die Deutschen bei Stalingrad eine furchtbare Niederlage. Dies bedeutete eine entscheidende Wende des bisherigen Kriegsgeschehens, die auch durch den japanischen Angriff auf den amerikanischen Marinestützpunkt Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 ausgelöst wurde. Die USA erklärten Japan daraufhin den Krieg. Die Verbündeten Japans, Deutschland und Italien erklärten daraufhin den USA den Krieg, der somit von einem europäischen zu einem Weltkrieg wurde. Amerikanische, englische und französische Truppen zwangen zunächst die deutschen und italienischen Kräfte in Nordafrika zur Kapitulation. 1943 landeten sie auf Sizilien und dann auf dem Festland. Mussolini wurde gestürzt. 1944 eroberte die Sowjetunion die von den Deutschen besetzten Ostgebiete zurück. Die Amerikaner und Briten landeten unter General Eisenhower in der Normandie und in Südfrankreich. Unterdessen starteten die Alliierten unentwegt Luftangriffe gegen deutsche Städte. Spätestens im Frühjahr 1945 war deutlich abzusehen, dass das Deutsche Reich kurz vor dem Zusammenbruch stand. Ende April 1945 beging Hitler im Führerbunker in Berlin Selbstmord und Anfang Mai unterschrieben deutsche militärische Führer die bedingungslose Kapitulation. Erst nachdem Japan von zwei Atombomben der USA getroffen wurde, war auch dieses Land am 2. September 1945 zur Kapitulation bereit. Im Zweiten Weltkrieg starben 50 Millionen Menschen, 40 Millionen wurden verwundet, drei Millionen gelten heute noch als vermisst. Bemerkenswertes Wer sucht die Vermissten? Kaum eine Familie in Europa blieb vom Krieg verschont, viele hatten Tote zu betrauern oder suchten nach Vermissten. An den Haustüren zerbombter Häuser flatterten Zettel mit Adressen oder Suchanzeigen. Nach dem Krieg halfen Organisationen wie das Rote Kreuz den Betroffenen weiter. Soldatenfriedhöfe wurden nach namenlosen Gräbern abgesucht, Anzeigen in Zeitungen aufgesetzt, Einwohnermeldeämter durchsucht. Die letzten Kriegsgefangenen kehrten erst im Oktober 1955 aus Russland nach Deutschland zurück. Noch heute wissen viele Familien nicht, was aus ihren vermissten Angehörigen geworden ist. Der Kalte Krieg Am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es zwei konkurrierende Weltmächte, die USA und die UdSSR. Solange der Krieg gegen Deutschland und Japan andauerte, versuchten beide durch Vereinbarungen ihre Konflikte zu beseitigen. So erkannten die Amerikaner auf der Yalta-Konferenz im Februar 1945 die sowjetischen Ansprüche in Ost-, Mittel- und Südost-Europa an. Stalin setzte daraufhin in der Tschechoslowakei, in Ungarn, Rumänien und Bulgarien sowjetfreundliche Regierungen ein. In Bezug auf Deutschland waren sich die Siegermächte einig. Diese Nation durfte nie wieder mächtig werden und war nur wirtschaftlich als Einheit zu sehen. Der alliierte Kontrollrat sollte für die vier Besatzungszonen die englische, französische, amerikanische und sowjetische eine einheitliche Verwaltung sicherstellen. Im Juni 1945 gründete man noch gemeinsam mit der Sowjetunion die Vereinten Nationen UNO. Aber schon im März 1947 sicherten die USA allen freien Völkern Beistand gegen eine gewaltsame sowjetische beziehungsweise kommunistische Bedrohung zu. Nun musste die Wirtschaft in Europa wieder in Schwung gebracht werden. Hierfür sollte der Marschallplan angewandt werden. Doch die Sowjetunion verhinderte in ihrem Einflussbereich die Teilnahme. In ihrer Besatzungszone wurde die Industrie in volkseigene Betriebe VEB überführt und die Landwirtschaft enteignet. Die Spannungen zwischen den beiden Weltmächten verstärkten sich. Der Kalte Krieg begann. Deutschland war nun in eine östliche und drei westliche Besatzungszonen geteilt. Letztere schlossen sich 1948 zu einem Wirtschaftsgebiet zusammen. Daraufhin kündigte die Sowjetunion ihre Mitgliedschaft im Alliierten Kontrollrat auf und verhängte am 24. Juni 1948 die Blockade Berlins, um die Westmächte zum Abzug aus der Stadt zu zwingen. Die Westmächte boten mit der sogenannten Luftbrücke alle Kräfte auf, um ihre Teile der Stadt zu halten. Am 12. Mai 1949 musste die UdSSR die Blockade wieder aufheben, da sie keinen neuen Krieg provozieren wollte. Zudem hatte sie das Durchhaltevermögen der Berliner unterschätzt. Die Westmächte hatten jedoch bereits reagiert. Im April 1949 schlossen zehn europäische Staaten, die USA und Kanada den Nordatlantikpakt, NATO. Am 23. Mai 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Die Sowjetunion antwortete am 7. Oktober mit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik DDR. Deutschland war geteilt und Europa auch. Als Gegenpol zur NATO entstand der Warschauer Pakt. Im März 1953 starb Stalin. Seine Nachfolger führten den Kampf der Ideologien weiter. Am 17. Juni 1953 schlugen sowjetische Panzer einen Aufstand in der DDR blutig nieder. 1956 geschah das Gleiche in Ungarn. Die USA griffen nicht ein. Dann schoss die UdSSR die erste Weltraumrakete, den Sputnik, ins All. Damit wuchs das Selbstbewusstsein der Sowjetunion. Im November 1958 forderte der sowjetische Staats- und Parteiführer Nikita Khrushchev den Abzug der Alliierten aus Berlin. Diese widersetzten sich zwar, konnten allerdings nicht den Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 verhindern. Die Kubakrise 1962 und der Vietnamkrieg 1964 bis 1973 waren die Höhepunkte des Kalten Kriegs. Danach begann sowohl auf der Erde als auch im Weltraum ein Rüstungswettlauf beider Supermächte. Bemerkenswertes Die Aufgaben der UNO Die Vereinten Nationen UNO haben sich den Frieden in der Welt zum Ziel gesetzt. Dabei sollen in erster Linie Hunger und Armut als wichtigste Ursachen von Krieg beseitigt werden. Die Großmächte sorgen als Weltpolizisten für die Sicherung des Weltfriedens, wobei wirtschaftliche, politische und militärische Mittel gegen eine drohende Gefahr eingesetzt werden dürfen. Dem Sicherheitsrat gehören fünf ständige Mitglieder USA, UdSSR, heute Großbritannien, Frankreich und China sowie zehn weitere für jeweils zwei Jahre gewählte Mitglieder an. DDR und Mauerfall Das angespannte Verhältnis der Supermächte USA und Sowjetunion und das gewaltsame Ende des Prager Frühlings von 1968 zerstörten die Hoffnungen der Menschen in der DDR auf eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse Doch Anfang der 70er Jahre konnte auch durch die neue Ost Politik des SPD Bundeskanzlers Willy Brandt der damit der Entwicklung der amerikanischen Politik folgte das Verhältnis zwischen DDR und Bundesrepublik verbessert werden Mit dem Vier-Mächte-Abkommen 1971 garantierte die Sowjetunion einen ungehinderten Transitverkehr zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin Die DDR hatte mittlerweile großes Interesse an internationaler Anerkennung und ging bereitwilliger als bisher auf westdeutsche Initiativen ein Im Grundlagenvertrag von 1972 bekräftigten beide deutsche Staaten unter anderem ihren Willen zu einer normalen gut nachbarlichen Beziehung Durch die neuerliche Entspannung blühte der Ost-West-Handel Dennoch verbesserte sich die schlechte wirtschaftliche Lage in den Ostblock-Ländern nicht Die Unzufriedenheit wuchs Bis ins Private hinein unterlag die Bevölkerung der DDR staatlicher Kontrolle Immer mehr Menschen schlossen sich in Friedens Demokratie und Umweltgruppen zusammen um sich gegen den SED-Staat zu wehren Vorbild für die Bürgerrechtsbewegungen waren die in der Tschechoslowakei 1977 gegründete Charta 77 und die Anfang der 80er Jahre in Polen entstandene Gewerkschaftsbewegung Solidarność Eine unerwartete Wende trat ein als Michael Gorbatschow 1985 Generalsekretär der KPDSU und 1990 sowjetischer Staatspräsident wurde Auf Auf den Gipfelkonferenzen in Genf 1985 und Reykjavik 1986 vereinbarten die USA und die UdSSR eine effektive Abrüstung Die politischen Leitideen Gorbatschows lauteten Glasnost Offenheit und Perestroika Umgestaltung Obwohl die Wirtschaft der DDR zusammenbrach hielt die SED an ihrer starren Linie fest Im Juni 1989 gestand Gorbatschow in einer gemeinsamen Erklärung mit der Bundesrepublik jedem Staat das Recht zu sein eigenes politisches und soziales System selbst zu wählen Dies und der immer weiter ansteigende Flüchtlingsstrom aus der DDR führten zu unerwarteten Entwicklungen Am 2. Mai 1989 öffneten ungarische Soldaten die Grenze zu Österreich für tausende DDR-Flüchtlinge In der DDR fanden wöchentliche Friedensgebete statt und die Systemgegner mehrten sich Dennoch feierte die SED-Führung scheinbar ungerührt am 7. Oktober den 40. Jahrestag der DDR Michael Gorbatschow forderte in seiner Rede die SED-Regierung zu Reformen auf und löste damit die Demonstrationen aus, die zur friedlichen Revolution und zum Mauerfall führten Am 9. Oktober 1989 demonstrierten viele tausend Menschen in Leipzig auf den Straßen Die Sicherheitskräfte griffen nicht ein Ermutigt folgten mit jedem Tag mehr Demonstranten Am 18. Oktober legte der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker sein Amt nieder Doch die Proteste vor allem gegen seinen Nachfolger Egon Krenz gingen weiter Am 9. November gab Günter Schabowski Mitglied des Politbüros alle Grenzübergangsstellen der DDR zur Bundesrepublik frei Noch in der Nacht fuhren tausende Menschen über die Grenzen Zunächst wurde in der DDR eine Übergangsregierung gebildet Am 3. Oktober 1990 erfolgte dann die offizielle Wiedervereinigung beider deutscher Staaten Bemerkenswertes Die Friedens, Demokratie und Umweltgruppen der DDR Systemgegner der DDR wurden gnadenlos von der Stasi verfolgt Viele Künstler und Wissenschaftler wie Wolf Biermann oder Robert Havemann erhielten Berufsverbot oder wurden ausgebürgert Der Theologe Oskar Brüsewitz beginnt 1976 öffentlich Selbstmord durch Verbrennen Die evangelischen Kirchengemeinden wurden eine Nische für die Friedens, Demokratie und Umweltgruppen die unter anderem mit Fastenaktionen auf sich und ihre Kritik am System aufmerksam machten Luc und ausgeb Ausgebäumen